Was Apple extrem gut gemacht hat, ist, sie haben die Produkte genommen und sie nicht nur einen Schritt weiterentwickelt. Sie haben sie fünf Schritte weiterentwickelt, sodass das nächste Smartphone, was auch nur annähernd daran kam, war das Samsung Galaxy, was irgendwann 2011 rauskam. Sie haben es geclaimed, das Territory. Und was Apple gemacht hat, ist zu sagen, Research, okay, was die Telefone nicht kann, hat sogar Steve Jobs in seinem Pitch gesagt, was haben Telefone nicht heutzutage? Sie sind nicht flexibel. Die App-Hersteller, sie müssen sich begrenzen auf die Tasten. Und was haben die ganzen anderen Hersteller gemacht? Sie haben das jetzige Konzept nur weitergedacht. Blackberry war nur ein besseres Nokia. Das hat nicht gereicht, um sich zu platzieren, was hat Apple gemacht. Sie haben gesagt, schickt die Tasten Touchscreens, weil die passen sich an die Apps an. Und was ihr machen müsst, wenn ihr ein Konzept findet, was funktioniert, was fruchtet, ein Pitch oder was auch immer, baut ihn aus. Hört auf, nur den Pitch zu labern, weil der Pitch ist einfach zu kopieren.